Moin zusammen, hier ist der Tim von Baerpo Products und ich zeige euch unseren neuen Hunter-Stick. Und zwar, wir haben gedacht, wir nehmen mal den Slick-Stick und versuchen mal ein paar neue Dinge und dann ist was rausgekommen, was uns richtig, richtig gut gefällt. Und zwar haben wir gedacht, wir nehmen das Holz vom Horseman Ipe wieder und verwenden es, weil es einfach richtig schön ist, es bringt ein gutes Eigengewicht mit. Und das haben wir kombiniert mit Mikata und zwei Ahornstreifen, um in den Mittelteilen ein bisschen mehr Dynamik reinzukriegen. Und für die Wurfarme, weil Hunter-Stick klingt ja sehr energetisch und auch viel Leistung, deswegen verwenden wir hier auch Stablecore und runden es ab mit unserem geliebten Apfelfournier. Also perfekt für draußen, weil er gut in jeden Wald reinpasst. Und noch mit der Dreifachverleimung am Tipp ist es ein richtig guter, leistungsfähiger Hybrid-Grupp.